Erweckungslieder. Erweckung, das bedeutet, dass ein Mensch eine innerliche Veränderung, eine Umkehr erlebt. Aber diese innere Umkehr, die bleibt nicht drinnen, sondern sie fährt den Menschen kräftig in die Hände und in die Füße, in die Arme und in die Beine. Und er beginnt sich für die Armen und Elenden in dieser Welt zu interessieren, ihnen zu helfen. Gleichzeitig hat der Erweckte ein großes Ziel, nämlich das Evangelium von Jesus Christus unter allen Menschen zu verbreiten. Dazu setzt er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel ein. Das folgende Lied ruft zu diesem ganzheitlichen Einsatz auf. Und dieses Lied weist auch darauf hin, dass es in der Kirchengeschichte immer wieder Zeiten gab und geben wird, in denen Christen kaum noch ihren Glauben nach außen hin ausleben können. Auf, denn die Nacht wird kommen. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf mit dem jungen Tag. Wirket am frühen Morgen, ist zu spät sein mag. Wirket dem Licht der Sonnen, fanget bei Zeiten an. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf wenn es mit Tag ist. Weihet die besten Kräfte, dem Herrn Jesus grüßt. Wirket mit Ernst, ihr Frommen, gebt alles andere dran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann. Auf, denn die Nacht wird kommen, auf wenn die Sonne weint. Auf, wenn der Abend manet. Auf, wenn der Abend manet. Wenn der Tag entfleucht. Auf, bis zum letzten Zuge, wendet der Fleiß daran. Auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann.